Mietminderung bei Winterschäden So setzen sie ihre Rechte durch. Wenn du als Mieter von Winterschäden in deiner Mietwohnung betroffen bist, hast du unter Umständen einen Anspruch auf Mietminderung. Hier sind einige Schritte, die du befolgen kannst, um eine Mietminderung bei Winterschäden durchzusetzen. 1. Dokumentiere die Winterschäden, mach Fotos von den Schäden und halte alle relevanten Informationen fest, wie zum Beispiel das Ausmaß der Schäden, wann sie aufgetreten sind und wie sie sich auf deine Lebensqualität auswirken. 2. Benachrichtige deinen Vermieter Informiere deinen Vermieter so schnell wie möglich über die Winterschäden und fordere ihn auf, die Schäden zu beheben. 3. Fristsetzung Gib deinem Vermieter eine angemessene Frist, um die Schäden zu beheben. In der Regel sollte diese Frist nicht länger als zwei Wochen sein. 4. Mietminderung ankündigen Wenn der Vermieter die Schäden nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, kannst du eine Mietminderung ankündigen. Die Höhe der Mietminderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel der Art und dem Ausmaß der Schäden. 5. Schriftliche Mitteilung Schicke deinem Vermieter eine schriftliche Mitteilung über die Mietminderung, in der du die Gründe für die Mietminderung erläuterst und die reduzierte Miete angibst, die du ab sofort zahlst. 6. Rechtsberatung Wenn der Vermieter die Mietminderung nicht akzeptiert oder es zu rechtlichen Streitigkeiten kommt, solltest du dich rechtzeitig an einen Anwalt wenden, der dich in deinen Rechten als Mieter unterstützen kann. Es ist wichtig, dass du alle Schritte sorgfältig dokumentierst und nachweisen kannst, dass du angemessen und rechtzeitig auf die Winterschäden reagiert hast. So erhöhst du deine Chancen, eine Mietminderung erfolgreich durchzusetzen. 7. Schriftliche Mitteilung 7. Schriftliche Mitteilung